GZSZ-Star Grüßante Kawazi feiert ihren Junggesellinnenabschied Die letzten Tage in Freiheit – bald ist sie unter der Haube, nachdem sich Grüßante Kawazi, 29, und Tom Beek, 40, Anfang des Jahres verlobt haben, rückt die Hochzeit immer näher. Gemeinsam mit ihren Mädels feierte die gute Zeiten, schlechte Zeiten Schauspielerin nämlich nun ihren Junggesellinnenabschied. Party auf Mallorca unter strahlendem Sonnenschein und mit jeder Menge guter Laune verbringen Grüßante Kawazi und ihre Freundinnen gerade einen ihrer letzten Tage in Freiheit auf Mallorca. Mit dabei auch die GZSZ-Kolleginnen Gamze Senol und Valentina Bade. Unter dem Motto Rautle Jomoyo und Lümarinze machte die Girlgang nicht nur den Hotelpool unsicher, sondern gaterte auch noch eine Yacht. Grüßante Kawazi im Junggesellinnenhimmel Wenn ihr mich sucht, ich bin im Junggesellinnenhimmel. Verriet die gebürtige Griechin auf Instagram und präsentierte sich dabei in einem weißen Badeanzug mit der Aufschrift Briede und einem Blumenkranz im Haar. Ob sie damit auch vor dem Trauerall da treten wird? Im April verriet die 29-Jährige über ihr Hochzeitsoutfit im RTL-Interview, Ich werde nicht aussehen wie eine Prinzessin. Bei mir ist weniger mehr. Wann genau der große Tag sein wird, hat das Paar bislang noch nicht verraten. Aber lange kann es nicht mehr dauern und Entschuldigung mehr. Bitte sehr schön. Ich bin wieder immer und schüpfig. Ich bin wieder und ich bin wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich bin wieder.